Hey Leute, habt ihr Lust auf Abwechslung und Spaß? Und ein tolles Team! Bierkug schieben, alle Regeln sind für euch okay? Ja. Dieses Briefing findet vor jeder Veranstaltung statt, damit jeder weiß, was er zu tun hat. An mir Jäger! Höchstab! Los! Dein Hobby zum Beruf machen? Ich bereite gerade alles für das nächste Team vor, das eine Portion Adrenalin gebucht hat. Die Sicherheit der Aktionen und die Betreuung der Teilnehmer kannst du alles bei uns erlernen. Das Geilste ist, du kannst es auch alles privat nutzen. Wenn ich hier bin, komme ich auch wo aus meinem Familienalltag raus. Wir sind ein super Team! Und es macht ganz viel Freude! Ja! Ich arbeite am liebsten mit den Jungs hinter den Kulissen. Und das Beste ist, du kannst dir deine Arbeitszeiten selber per App einteilen. Und keine Angst, wir lernen dich ganz entspannt ein. Bei der coolen Atmosphäre macht der Nebenjob richtig Spaß. Da vergisst man sogar, dass man bei der Arbeit ist. Bei uns wird niemand hängen gelassen. Du willst auch in dieses super Team? Dann bewirb dich doch jetzt! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! 遊